Die meisten Wolken hatten sich heute zum Glück verzogen und so konnten wir den letzten Tag im November mit Sonnenschein genießen. Apropos November. Ein Blick zurück zeigt, dass die Serie zu warmer Monate nicht abreißt. Es war im Schnitt 1,2 Grad zu warm, uns fehlten 13 Prozent Regen und auch die Sonne schien im Schnitt acht Stunden zu wenig. Heute Nacht sind im Norden und im Osten nur wenige Wolken unterwegs. Im Südwesten hingegen verdichtet sich die Bewölkung, es bleibt aber trocken, dazu drei bis minus fünf Grad. Die Niederschlagsvorschau zeigt, wie morgen am 1. Advent im Südwesten dann Regen aufkommt. Der geht ab ca. 300 Metern Höhe in Schnee über. Das heißt, es kann glatt werden. In der Früh durch den gefrierenden Regen, danach dann durch den Schnee. Dieser kann sich etwa bis nach Rheinland-Pfalz ausweiten. Ansonsten bleibt es zwar dicht bewölkt, aber trocken. Am Montag gibt es dann an den Alpen und im Osten noch Schneeschauer. Dann wird es wieder trockener, im Norden mit vielen Wolken, im Süden mit Sonne. Dann wird es wieder trocken.